Seit anderthalb Jahren beschäftige ich mich mit dem Amt des Oberbürgermeisters und eben auch dem Weg dorthin. Eine Grundregel in der Literatur seit Cicero, Versprech allen alles. Wenn 16-Jährige, junge Erwachsene oder junge Familien aber nicht zur Wahl gehen, dann braucht man denen gar nichts versprechen. Oder man braucht auch gar nichts halten, weil sie politisch kein Gewicht haben. Deswegen finde ich es so wichtig, eine Wahlbeteiligung von 19 Prozent wie vor acht Jahren ist kein gutes Zeichen. Wir müssen wählen gehen und wir brauchen eine politische Auseinandersetzung in den Familien, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Und egal wie das Votum ausgeht, wir müssen uns mit der Kommunalpolitik auseinandersetzen, weil es geht um unsere Stadt.